So, jetzt gehen wir zum zweiten Lernvideo von dem Bergfargerbunden. Wir gehen jetzt in die Unterlage, das heißt fünfter Finger. Wer das noch nicht so gut weiß, schaut euch die musikalischen Grundlagen an, da ist alles beschrieben. Wir fangen an in Druck, Zug und drücken. Immer das Gleiche. Und Oktave. Dann geht es gleich wieder los mit den ersten Teilen. Ich habe es gesehen, wir sind in der Unterlage. Wenn du die richtigen Finger nimmst, braucht es fast nichts Verändern von den Fingern. In Druck bin ich eh da. Und jetzt tue ich den Verändern. Zug und Druck. Da bin ich ganz beinahe und höre jetzt den zweiten Finger verändern. Die anderen bleiben gleich. Druck. Und Oktave. Genau. Wenn ihr euch ein bisschen einholt, das ganze System, könnt ihr euch voll gut beim Spielen. Ich hoffe, es geht um, dass ihr euch einholt. Und das ganze System, könnt ihr euch einholt. Und jetzt ist das ganze System. Und dann ist das ganze System. Dann ist das ganze System.